Die Frage, ob Daniel oder ich zu dick, dick oder zu dünn sind, die ist leicht beantwortet. Die Frage, ob Smartphones denn zu dünn seien, die beantwortet uns jetzt der Daniel. Werden Smartphones zu dünn? Blöde Frage. Nee, die werden nicht zu dünn, aber sie werden vielleicht im Moment zu dünn für das, was die Materialwissenschaften aktuell hergeben. Sowas wie beim iPhone 6 Plus geht natürlich gar nicht. Die Geräte müssen stabil sein. Die dürfen nicht einfach wegknicken oder sonst irgendwas. Du hast ja auch eins. Ist dir das wirklich passiert, dass es dir wegknickt? Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Geräte noch viel dünner werden, aber halt einfach aus anderen Materialien bestehen werden. Es gibt Forschungen in Richtung von Materialien, die so eine Art Knochenstruktur zum Beispiel haben, was viel mehr Stabilität bei weniger Gewicht und weniger Materialeinsatz verspricht. Außerdem werden wir vielleicht rollbare Geräte kriegen, biegsame Displays und so weiter. Gibt es ja alles schon. Also aus meiner Sicht, nein, die Geräte werden noch viel, 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 viel dünner. Wie wollen sie denn noch viel, 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 viel dünner werden? Also von 6, irgendwas Millimetern, da ist nicht mehr so viel, 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 viel. Ich meine, die kommen irgendwo mal von, die haben sich jetzt schon halbiert, mehr als halbiert. Also viel, viel, viel wird es wohl nicht werden. Ein bisschen was brauchen wir ja noch in der Hand. Oder? Männer, was sagt ihr? Aber sie werden nicht instabiler. Und da haben wir aktuell definitiv die Grenze erreicht. Und wenn das keine Punktlandung war, dann weiß ich auch nicht. Naja, fast Punktlandung. Tja, fast Punktlandung. Da ist er ganz stolz, kann er auch sein. Das mit den Materialien ist ein guter Punkt. Ich glaube aber nicht, dass sie viel, 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 viel dünner werden. Vielleicht werden sie noch mal einen Millimeter oder zwei dünner, dann sind wir bei vier Millimetern. Ja, ich meine, wo wollen wir denn noch hingehen? Außer sie werden irgendwann mal wirklich faltbar und ich kann sie ganz klein machen. Das macht ja natürlich durchaus Sinn. Aber das ist für mich ein anderer Anwendungsfall und da sind wir trotzdem noch mindestens zehn Jahre hin, würde ich mal sagen. So, und da mache ich mir heute nicht den Kopf drum. Reicht ja, wenn wir jetzt eben die aktuelle Entwicklung sehen. Und die aktuelle Entwicklung ist, es wurde immer dünner, die Leute geben immer mehr an und wir müssen aufpassen, dass es nicht kracht, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das Telefon in der Tasche. Und das ist eigentlich der Punkt. Und da müssen die Unternehmen sich was einfallen lassen. Vielleicht hatte der eine oder andere Lust, mal nicht der Dünnste zu sein. Das ging bei den Models schon nicht gut. Die sehen auch alle scheiße aus, wenn sie zu dünn sind. Und in diesem Sinne, ich gucke mir jetzt einen Katalog für Übergrößen an und bestelle was. Werden Smartphones immer dünner? Ja klar, Frage beantwortet. Nicht dümmer, sondern dünner und da sage ich, ich weiß es nicht. Ich finde es vollkommen okay, dass Smartphones dünn sind, denn die Sache ist ja die, wenn es der Markt nicht wollen würde, wenn ihr es nicht kaufen würdet, so wie ich, dieses iPhone 6, dann wäre wohl auch, dann würden es auch die Hersteller nicht machen. Es ist eine riesen Komplexität, hier so dünne Smartphones zu bauen, die richtig zu verstärken. Das wollen die Unternehmen natürlich auch zeigen. Und momentan ist halt letztlich die Dicke des Smartphones, was damals die Megapixel bei der Kamera waren. Und ja, damit wird halt angegeben, damit... Also sicherlich ein Fakt. Aber ich glaube nicht, dass es so der Entscheidende ist, wie diese Megapixel-Diskussion. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das bei euch so? Würde mich wirklich interessieren. Aber kauft ihr Smartphones wirklich nur, weil sie besonders dünn sind und ignoriert den Rest? Das wird gezeigt, aber die Physik zeigt auch die natürlichen Grenzen demnächst auf. Viel dünner kann es gar nicht mehr werden. Und wenn... Mit der jetzigen Technik? Wird es dann auch wahrscheinlich nicht mehr so richtig schön. Die Nachteile sind natürlich, es kann hier und da gebogen werden. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mein iPhone jetzt seit mehreren Wochen. Ich trage es hinten auch in der Hosentasche mit rum und es ist mir noch gar nicht verbogen. Ist aber auch kein Plus. Also ich glaube, das war... Und man hört auch fast von diesem ganzen Problem nichts mehr. Also ich glaube ehrlich gesagt, es war alles ein kleines Strohfeuer. Passt alles. Viel dünner werden sie nicht mehr. Und mir ist es egal. Ich kaufe das, was mir gefällt. Das ist meine Meinung dazu. So, Daniel. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich aus dieser Affäre wieder rauslabern willst und sagst, ich stehe auf die dicken Klopper. Ja, nee, tue ich nicht. Wobei lustigerweise, also ich hätte ja damit gerechnet, dass die Leute, die Masse tatsächlich irgendwie sich überzeugen lässt von Argumenten. Vor gefühlten zwei Jahren hat Huawei mal ein, nee Motorola war es, oder? Ein Smartphone in zwei dicken Varianten rausgebracht, nämlich in dünn und in 1,5 Millimeter Dicke. Und das Dünne hält halt einen Tag und das Dicke 2 Tage durch mit einer Akkulaufzeit. Und lustigerweise hat sich das Dicke gar nicht verkauft. Ich hätte von vornherein immer gesagt, ich kaufe das Dicke, weil habe ich ja mehr davon. Ging aber nicht. Und damit hast du wieder recht, du Nase. Es wird gebaut, was die Leute haben wollen. Und wenn es halt irgendwie so dünn sein soll, dann soll es halt so dünn sein. Das tust du doch ganz bestimmt. So, ich werde mich jetzt aufs nächste Tech-Duell vorbereiten, weil wir drehen heute jede Menge. In diesem Sinn ein schönes Wochenende. 2 800 1 1 2 2 2 3 4